So, wir werden noch mal da jetzt, wenn es wird. Wir werden noch ein paar, zwei, drei, vier, fünf Aussischmeißer spielen. Ich weiß gar nicht, was tun wir denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich spiele jetzt einfach. Wir werden noch ein paar, zwei, drei, vier, fünf Aussischmeißer spielen. Ah, junge, herr, der herr, der, 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 der. Die Jungen, der, 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 der Die Jungs, die Jungs, die Jungs. Die Jungs, die Jungs, die Jungs. Die Jungs, die Jungs. Die Jungs, die Jungs. Zwei Krölle, die Freien, die ginge da zum Saal finden. Und sie gingen heut zum Schrei, wie wird die rein? Und am Rüttel, wenn der Pimmel sie an zu raub füllen, ja von den Zornen kriegt bei jeder Hirsch das Drei. Da war die Glück, da hängt noch keine Dose, ja und der andere, der kriegt ein Kindspaus ab. Geh dauscht, geh dauscht, geh dauscht, geh dauscht, geh dauscht, geh über dein Haus, du kriegst von mir ein Kindspaus ab. Geh dauscht, 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 ge Und beim Wundern, da fing es an zu glauben, der sagt, der Mensch, das weiß ich schon wieder raus. Da sagt der Herr, ich hab nichts Burscht zu wundern, geh' mir ein Foto, du krieg's von mir, da schwandle ich raus. Ich hab nichts Burscht zu wundern, geh' mir ein Foto, du krieg's von mir, da schwandle ich raus. Geh' mir ein Foto, du krieg's von mir, da schwandle ich raus, geh' mir ein Foto, du krieg's von mir, da schwandle ich raus. So, jetzt weiß ich's nicht, wie hat's denn jetzt überhaupt noch drauf, also normalerweise, gut, also normalerweise denkt der Popo schon ein bisserl dritt, okay, das ist mir zu wurscht, also das holt's jetzt auch noch raus. Der Popo und eh da was nacken. Das nacken wahrscheinlich, ja, also wir machen das jetzt so, das haben das eh praktisch jetzt am Tag mitgebucht, wenn die Veranstaltung vorbei ist, dann dürfen die Damen dann dahinter im Zeparet kommen, dann gibt's eine Massage, die ist im Preis mit dabei. Das machen wir wir zwei. Genau, und für die Herren, da warten dann... Mit Happy End. Für die Herren, da warten dann praktisch Selina und Alissa Tag. Und deswegen holt mir das jetzt raus. Aber es ist so komisch, gell, weil auf einmal, auf einmal ist... Ich weiß nicht, das möchtest nicht schnell weg für Jura gehen, dass es ein wenig, ein wenig müdlicher wurde. Was? Du bist halt nicht mehr müdlich. Ich versteh' dich so schlecht. Was ist das so für euch? Na ja, dann müsst ihr schon wurscht, gell. Wir haben ja schon Dressen, die Selina auch gespielt. Gell, wer ist das? Ich wollte auch kurz noch etwas erzählen. Ja, erzähl. Wir haben ja gestern auch gespielt. Ja, das stimmt. Wir haben ja gestern auch gespielt in Salzburg. Ja. Und da haben wir auch so auf der Bühne gestanden. Ja. Und da hab ich auch's versehen. Das ist kein Witz. Muss ich wirklich dazu sagen, aus versehen, hab ich meinen linken Fuß, weil ich weiß, bin ich umgeworfen. Das könnte mir heute gar nicht passieren. Ja, das könnte mir jeden Tag noch nicht passieren. Nein. Nein. Da wollen wir da so stark aufgeschauen, heute. Wirkliche, war. Ich hätte schon langsam. So. Jetzt, schön langsam. Schön langsam. Schön langsam. Hallo? Nein, du! Präzise, nein! Nein, nein, du bist hier nicht mehr. Nein, nein. Das ist jetzt direkt schott, gell? Aber wir gucken uns nicht. Nein, 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 ich trink's gerne. Ich weiß nicht, noch mehr, sonst danke. Ich krieg wahrscheinlich kurz. Nein, du kommst ja Heißmaschschot drin, Papa. Nein. Jetzt machen wir jetzt ein kleines Wunschkonzert, weil wir so einen intimen Amen haben. Intim, dürfen wir da nicht rausziehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich ein weiteres Lied spielen. Ja. Möchtest du uns hören? Alle. Was spielen wir da vielleicht? Das ist mir wurscht. Da muss ich sprechen. Dann alle schön. Was möchtest du uns hören? Ein, ein Herz. Na gut. Das ist deinigste Lied, das wir haben. Das ist ein Bewusstsein. Wir sind noch ein Hunder der Reischenpumpf. Entschuldigung, wo gehen denn Sie hin? Schauen wir draußen. Draußen? Da sehen wir uns nicht mehr von euch. Ach so, dann schauen wir mal. Also, pscht, pscht, pscht. Sagt sie mal pscht. Eins, zwei, drei, pscht. Das schloss ist. Das ist reifend. Das hat es noch ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Wir sind nur in der Brut, da sollt's mich ein vom Klob. Wo bin ich noch mal rein, ich warte, ich sieht's mich auch für den Stamm. Wo beiden Hörten das Glöckel schlug, wir schenigst du allein. Ein Weitler Herzschlug für sein Wund, ist auch oft Spanischli, ein Weitler gefolgt. Hier bleibt der Hohmann dran, wir sind in die Bahn, am schönsten ist es halt noch bei uns. Musik 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 – Musik 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 Liedst du mit Tobianen, die hätt's mir nicht verwend. Wollt dies vor mein Himmel ran, lasst's mir, mein Leut, nicht stemm. Ein Weitler-Hertschlub für sein Holz, ist auch oft schwartes Lied am Weitler-Gefolz. Hier bleibt ein Hohmann-Trei für seine Bahn und schützt nicht so ein Tod bei uns daran. So, jetzt ist's mir ein Weiler. Jetzt können wir wieder was anderes spielen. Ich wollte noch der Psono das Lied sprengen, das muss ich aber jetzt kurz erklären. Jetzt macht's einmal auf, schnell. Sonst könnt's nicht mit. Jetzt geht das so nicht. Die Technik, glaube ich. Jetzt pass auf, das Lied hab ich nämlich selber geschrieben, deswegen ist das so besonders. Und zwar bin ich da mal über die Stirn rauf wegfallen. Das war eine so blöde Geschichte, weil ich bin im Wirtshaus gesessen und dann wollte ich heimfahren. Und hab mich dann ins Auto eingesetzt und irgendwie hab ich aber das Loch vom Zinsschlüssel nicht mehr gefunden. Es war weg. Keine Ahnung. Das haben Sie mir vertragen. Keine Ahnung. Jetzt hab ich praktisch zu sein gemessen. Und das hat ja auch 350 Meter. Und ich hab mir dann gedacht, ob das jetzt gut geht, weil im Auto hätte ich einen Spurhalteassistenten drin gehabt. Aber das heißt nicht. Und dann geht und ich hab mir dann gedacht, das Profil von meinen rechten Schuhen, das ist wahnsinnig schlecht. Weil ich so da war ja auch ein paar Seitenzahlen. Ich hab dann wieder rausgleichen müssen. Und irgendwann war ich dann, nach einer Stunde oder so, war ich dann doch daheim. Und dann bin ich rein von der Haustiere, durch den Gang durch, über die Stirn rauf weg. Und dann hat sie mich mit Brettelbrot hinlassen. Brettelbrot hat sie mich hinlassen. Und unter dem Zahnfallen, praktisch, also dabei, weil ich voll bin. Also dazwischen. Also dazwischen, gerade stehen und aufbrachen. Bist du so lange voll? Ich hab dann auch so lange gelaufen. Da ist mir dann nirgends gekommen. Da haben wir gedacht, also dazwischen, praktisch. Unter dem Fallen haben wir gedacht, das hätte auch schlimmer sein können. Weil ich hätte auch einfallen können. Das wäre viel schlimmer geworden, weil ich war ja schon fast ganz um. Und da wäre dann wirklich viel weitergegangen. Und das Auffallen, das war nicht schlimm. Da bin ich gleich abgegangen. Aber das Einfallen, das hat mich direkt dann ein wenig beschäftigt. Da bin ich dann am Top kriegen und hab mal gesagt, jeder Auffallen können. Jeder Auffallen können. Und mein Psychiater hat auch gesagt, ich muss das jetzt irgendwie verarbeiten, weil ich noch ein Trauma davon gezogen hab. Und jetzt hab ich praktisch ein Lied drüber geschrieben. Es ist ein Instrumentalstück geworden, das sag ich dazu. Genauer gesagt, ein Landler. Und in dem Landler hab ich einen Treckensturz hinabwärts. Hab ich praktisch musikalisch hab ich den verarbeitet. Und das hört mir auch gut aus. Das Lied, das hat drei Teile. Da müsst ihr jetzt aufpassen. Also im ersten Teil... Soll dich auch... Da muss ich mitspielen. Da muss ich mitspielen. Also im ersten Teil, da fahre ich alle... Moment! Was denn? Wo ist mein Osterhassi von vorher? Kannst du noch mal kommen? Wie ist die Kerber? Ich hab mal noch mit den Kerber. Ich hab mal noch mit den Kerber. Wie ist das? Also jetzt passt es auch. Im ersten Teil... Im ersten Teil... Da fahre ich alle... Das hört man auch. Im zweiten... Was? Findest du auch kein Kerber nicht? Nein, ich hab noch mit den Kerber. Ich sprenke... Ah, richtig ist das. Ich sprenke dir die extra auf die... Geht's dann? Ja, verzeih noch weiter, es geht dir gar nichts sagen. Ja, aber jetzt, ich werde sie sagen. Für mich nicht, danke. Für mich nicht, danke. Für mich nicht. Die Rüchterfest, die in der Landwirtschaft muss selber fahren müssen. Was hast du denn weiter? Jetzt, bring mich nur nicht da weiter aus. Also, im ersten Teil, da fahre ich ein. Das hört man auch. Im zweiten Teil, da rabe ich mich ein bisschen auf. Dann kommt einmal der erste Teil. Warum weiß ich nicht? Du bist schon einmal alt gefühlt. Wahrscheinlich. Und dann kommt der dritte Teil. Und der dritte Teil, der hat wiederum zwei Teile. Also, im ersten dritten Teil, da hat sich dann der Frau, Schmerz gebraucht und betrunken. Und im zweiten, dritten Teil, da ist meine Frau wach geworden und das hört man auch schon raus. Also, das hab ich richtig schön rausgearbeiten können. Und ich bin da damals so da gingen, und hab aber auch ein Stirnklein draufgegangen, das hab ich nicht erwischt. Ich war zu froh geworden. Und weil es ja ein Landler geworden ist, jetzt hab ich das Lied in Stirnklein genommen. So. Sagst du das nochmal an, was wir gerade spielen wollen? Ja, ich sag's dazu. Ja. Also, es geht los jetzt wie ein Eiffel. Habt ihr das gehört? Ja, jetzt geht's auf, Robby. Ja, jetzt geht's auf. Ja, jetzt geht's auf, Robby. Ja, jetzt geht's auf, Robby. Jetzt geht's auf, Robby. Okay. Jetzt gibt's der Vorherrscht! Musik 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 Ich sag jetzt, bis dass der das Lüge gekommen hat, der hat von jedem Stimmel geschmissen, wo ich gefunden hab. Also was muss ich machen? Wie spielen wir jetzt? Ich glaube den Letzten, oder? Jetzt spielen wir den Letzten, weil du es schon kennst, wie man es sitzen kann. Ich bin gespannt, Tanzen. Das Blutwüter, wenn du die Füße zurückgeschreißt. Ich glaube, es geht nach uns noch weiter. Ich bin gespannt, wo es dir nachher produziert wird. Das Katzberg-Trio kommt da, oder? Nein, weil zu uns hat sie gesagt... Das Katzberg-Trio. Zu uns hat sie gesagt, wir sollen gleich raus spielen. Ja. Und dann auf einmal hat sie geheißen, sie spielen nach uns, hab ich gesagt, das wird dann schon sie tun. Auf alle Fälle sagen wir mir Dankeschön für die Einladung, es hat uns wahnsinnig gefreut. Ja. Du sitzt mit deinem Kofferl da vorne und weißt nicht, was du anfangen sollst, gell? Ja, die darf sich nicht mehr hinten, gell. Ich möchte ja gar keinen, gell. Nein. Aber... Aber so ein Zwitz und Wasser... Nein, so ein Schlapps mag nicht mehr, aber so ein Zwitz und Wasser. Was ist denn das jetzt? Das ist... Das kenne ich gar nicht, schau mal. Das ist ein Schnachsler mit CK geschrieben. Das glaube ich schon, dass du das nicht kennst. Ja, Josthaber. Ja, Josthaber. Ja, Josthaber. Die haben nur 20 Volumenprozente. Ich will mir den klammern. So schlimm kann der ja nicht sein. Na ja. Auf alle Fälle möchten wir uns jetzt da verabschieden mit einem erotischen Stück. Oh, der ist aber extrem gut. Aber das ist ein bisschen ein kracherl. Aber der ist extrem. So würde ich mich freuen. Also, wir möchten uns mit einem kleinen erotischen Stück verabschieden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Lisa das schon hören darf. Aber... Hört eh nicht zu. Aber abgesehen davon ist es wurscht. Und das ist ein Lied. Weil wir haben ja festgestellt, dass heute noch früh alte Leute da sind. Und alte Menschen stehen natürlich wahnsinnig auf sauberen Hürden. Und deswegen spielen wir jetzt... Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Nein, das haben wir erforscht. Ja. Und deswegen spielen wir jetzt ein Stück aus der Zyklus Schweinische Kinderlieder für Niederbayern. Und das ist ein erotisches Stück, wie gesagt. Und das erkennt man da dran. Weil es ist erstens einmal wahnsinnig schnell. Und wahnsinnig kurz. Also wie halt eine erotische Zeit, wenn es ist. Schnell und kurz. Auf einmal ist es geil. Auf einmal ist es geil. Auf einmal ist es geil. Und das geht so. Ein Brut ist es geil. Und die anderen wissen es. Ja, jetzt ist es geil. Das ist geil. Es geht auch nicht mehr weiter. Vielleicht machen wir noch einmal eine halbe Stunde Pause. Und dann singen wir es noch einmal. Aber jetzt dabei ist es geil. Und ich mag jetzt schlafen. Und die Frau in der Englern da meißen. Ich will schon einmal weiter. Ich kann das nicht mehr. Aber das könnte es allein fertig klatschen. Und dann ist es geil. Das wirst du nicht tun. Nein, ich siehs Schetto. Du siehst Schetto. Ich siehs Schetto. Ich siehs Schetto. Schett. Schett. Ich mag. Das Wort mag ich. Das ist mein Lieblingswort auf der ganzen Welt. Nach dem Wort Feu. Nein. Nein. Feu sagen wir mir. Aber wir sagen mir Schett nicht. Und darum freue ich mich jedes Mal über das Schett her. Schett. Schett ist so ein Universalwort. Das kannst du für alles hernehmen. Ich hab jetzt Schett 8.30 Uhr getrunken. Und 2.50 Uhr. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Könnts gut heim. Ich hab vorher mit der Polizei telefoniert. Falls wer was getrunken hat. Könnts ruhig fahren die Stängerteile. Nein. Es geht noch einmal weiter. Da sitzend schon. Da sitzend schon. Achtung. Es geht sehr scharf los. Da ist von daheim gebet, dass er beim Vorspielen, dass ich noch mal ein wenig anfeuert. Gell. Und die 2.10 Uhr. Wenn sie es da wenig mitklatschen könnten. Also die Dacken. Na ne. Ja nicht vorklatschen. Da bin ich gleich wieder vierte. Das schafft aber auch Vorspielen nicht einmal. Da müssen wir anfangen, weil die Dame ist die recht schon peinlich berührt. Was für eine Dame? Oh. Zollt man's? Zollt man's? Ja. Die haben wir jetzt schon dazu inhalten. Das ist ... Ja, ja! Jetzt, ass aber, ass! Stier der Sitz und Fensterfried und kam mit seinen Hohen und kam mit seinen Hohen und kam mit seinen Hohen und kam mit Mohnen, lieb' ich hin, nach Brau' und Jack' mit Hohen nach Brau' und Jack' mit Hohen und der Jukatse! Ich hab das led, som kyrdagsokt ich kann ihn immer lein, ich kann ihn immer lein, ich kann ihn immer lein, ich kann ihn immer lein. Jetzt kannst du mit den Grunten her, ich soite den Eder Geil, ich soite den Eder Geil, ich soite den Eder Geil, komm her, um! Ist ja gut! Dankeschön! Dankeschön! Zugabe haben wir nicht rausgekommen! Zugabe haben wir... Haben wir mir Zugabe rausgekommen? Ich hab nix rausgekommen! Nein, normal nicht! Aber allen spielen wir da! Nein, weil es trifft sich gut, weil den Liedsten, wo wir noch mal spielen, nach dem macht sowieso keiner mehr einen Hörn! Jetzt haben wir gesagt, spiel mir den noch mal! Das ist ein Lied aus Hinterschmieding, kennt ihr das Hinterschmieding? Ja, das glaub ich schon! Also wir haben heute hier aufgefahren, wir haben auch kein einziges Dorf gekänt! Mais, Mais haben wir gekänt, da ist Popkorn her! Also ein Hörn hab ich noch! Ein... Ein Abschiedslied aus dem unteren Waldzeug wird's dabei! Ist aber ganz, ganz unten ein Wald! Ist da unten noch wie mir! Links für links, links mir rechts, links me gre danced weiße Hush, ich siehste red das Spiel gegen decrett' bei ihr der Masch! Links für links, rechts links Gross mit違 encontra Die Sitzung der Schwedinger Feier der Nacht Das war's, das war's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.